Hallo, mein Name ist Tom. Gerade habe ich meine Ausbildung zum Feinwerkmechaniker bei Herzau & Schmidt in Fulda begonnen. Du willst wissen, was man in diesem Beruf arbeitet? Ist doch ganz einfach. Aber zugegeben, zuerst wusste ich das auch nicht. Schon in der Schule war mir aber klar, dass ich echt gerne etwas Handwerkliches machen wollte und am liebsten mit Metall. In der Schule war ich ganz gut in Mathe und Physik, konnte gut mit dem Computer umgehen und mein Opa hat mir immer wieder gesagt, dass ich auch Handwerkliches geschickt habe. Das sind schon mal super Voraussetzungen für diese Ausbildung. Übrigens, für meine Ausbildung ist ein Hauptschulabschluss genauso okay wie ein Realschulabschluss. Wichtig ist, dass es dir Freude macht, immer wieder neue Aufgaben mit Köpfchen zu bewältigen. Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Für die Praxis bin ich hier im Betrieb und für den schulischen Teil, also die Theorie, besuche ich die Ferdinand-Braun-Schule in Fulda. Also alles kein Problem, der Bus bringt mich direkt vor die Tür. Was ich lerne? Schneiden, Kanten, Schweißen und ebenso schleifen, fräsen, bohren und drehen. Denn bei Herzau und Schmidt stellen wir mit Hilfe von modernen Maschinen und Werkzeugen alle möglichen Bauteile aus Metall her. Vorher muss natürlich alles mit dem Kunden besprochen werden. Danach fertige ich die technische Zeichnung dafür an und bespreche die mit unseren Konstrukteuren. In unserem Beruf kommt es auf absolute Genauigkeit an. Es geht oft um einen Bruchteil von Millimetern und um den exakten Winkel. Es muss alles stimmen. Die Montage vor Ort bei unseren Kunden macht mir am meisten Spaß, denn wir beliefern fast alle namhaften Kunden im Großraum Fulda. Dazu zählen die Bereiche der Medizintechnik, die Automobil-, Papier- oder die Lebensmittelindustrie sowie viele andere. Vor Ort kann ich meine Arbeit selber überprüfen und sehen, wie alles zu einem Ganzen zusammengefügt wird. Dafür sind ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und gute Mathekenntnisse wichtig, um Längen, Größen und Flächen zu berechnen und in die Bearbeitungsmaschinen einzuprogrammieren. Übrigens, der Chef hat mir jetzt schon gesagt, wenn ich mich weiter so gut anstelle, werde ich übernommen. Die nennen das die hundertprozentige Übernahmechance. Na, ist das vielleicht auch für dich die richtige Ausbildung? Bewirb dich doch einfach. Wir sehen uns dann bei Herzer und Schmidt.